Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, alle Leute, heute steht abfahrbereit der EC12 Paganini. Er fährt von Verona nach Dortmund. Wir präsentieren den deutschen Streckenabschnitt mit einer 103.1 in Orientrot vorgespannt. Hier präsentieren wir die neuen Wagen von Pico. Und zwar das Wagenset 58251 ist hier mit enthalten in diesem Zug. Es sind die grauen, die Grigio-Wagen. Der Rest des Wagenmaterials ist auch Pico, auch die orangefarbenen Wagen. Der Speisewagen zwischen 1. und 2. Klasse ist ein ACME-Wagen. Und die Verstärkungswagen hinten sind von Orko aus Deutschland. Viel Spaß mit dem Video. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Und dann gibt's die Verstärkungs-Wagen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen.